Moin Moin und Hallo YouTube. Willkommen auf Smarty Let's Play. Am Mikrofon natürlich der Smarty für euch. Heutiges Dying Light 2 Video. Zwei Dinge, die mir jetzt erst aufgefallen sind. Als erstes kennt ihr das. Man fliegt so über die Map und was sucht man? Gerade auch als Anfänger. Natürlich Kamille und Honig. Und in dem Zusammenhang hätte ich niemals gedacht, dass ich mal einem Sis-Lord meine Dankbarkeit ausspreche. What? Ja, schaut hier. Sis-Lord Alex, wenn du gelbe Bäume siehst, einfach hin. Dort gibt es Honig und an dem Baum sind ein, zwei Vogelhäuschen. Sind Federn drin. Nein, nein, nicht so einfach. Bitte echt einfach nur auf gelbe Bäume achten. Nie aufgefallen. Oh mein Gott. Sis-Lord Alex, du hast meine Dankbarkeit. Ich bin dein Untertan. Komm jetzt nur nicht mit Blitzen. Und schaut es euch an. Ich bin auf der Map. Ihr seht schon. Guckt euch um. Da sind überall diese Gelben. Ist es euch aufgefallen? Wenn ja, okay, bin ich alleine so blind gewesen? Ich weiß es nicht. Hier, ich fliege ein paar Spots ab. Echt, man sieht es so einfach. Und ich bin schon so oft gerade als Anfänger in Old Villator. Mensch, wo soll ich jetzt den blöden Honig finden? Blöden Honig finden? Wo soll ich die blöden Kamille finden? Ist doch nervig, dass es so einfach ist. Oh mein Gott. Holy Moly. Okay. Erster Tipp erledigt und abgehakt. Kommen wir zu der zweiten Geschichte. Die ist mir mal selbst aufgefallen. Ich war gestern noch ein bisschen am Looten, bin kurz davor Level 9. Und ich zeige euch mal kurz hier. So kennt ihr, ich habe leider nicht mehr viele Aufnahmen, aber so kennt ihr ja den Finger auf Glover, die Fingerpistole. Man kann ja einfach damit ballern und auch direkt mal mehrere Schüsse hintereinander abfeuern. Und dann habe ich mir gestern gedacht, ach komm, bau die doch mal wieder. Einfach so als Gag. Ich dachte, komm, ist egal. Und schau mal, was die so kann. Und schaut es euch an. Habt ihr es gewusst? Eine Fingerpistole, die nachlädt? Seit wann? Patch? Ich habe es echt gerade erst entdeckt. Vorher nicht aufgefallen, weil ist jetzt viel günstiger als damals vom Schaden. Ihr seht es selbst. Na ja, ich glaube 80er Schad. Sie ist immer noch sehr lustig. Sie fliegen immer noch genial weg. Aber seit wann lädt man denn eine Fingerpistole nach? So, Kindheitserinnerung, da habe ich. Ich lad mal eben meine Pistole nach, werde ich auf die Schieße. Klar, mit meinem Finger. In Ordnung. Zwei Kleinigkeiten, kurze, knappes Mittwochsvideo. Mehr Content kommt, Leute. Dying Light. Ich habe ein Fun-Video. Ich habe ein React-Video. Level 9. Gut. Alles noch bis Wochenende hier auf meinem Kanal. Dazu Call of Duty, Formel 1 und ein paar neue Sachen im Game Pass. Alles im Video. Alles wird euch ausführlich in den kommenden Tagen gezeigt und präsentiert. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Genau, was ich vergessen hatte, war Crusader Kings. Kommt heute auch noch ein Video. Sollte auch schon parallel online sein. Schaut gerne rein. Ansonsten wie immer mein Hinweis auf meinen Discord-Server. Wir sind knapp vor 200 Leuten. Schaut mal rein. Link in der Beschreibung jedes Videos. Ich danke euch fürs Einschalten. Alles Liebe. Alles Gute. Man hört und sieht sich. Euer Smarty. Ich bin raus. Tschö, tschö.